Okay, da ist er. Denn sein zweiter Angriff zum Beispiel hat eine bessere Reichweite als der erste. Wenn ihr denn mal guckt, die zweite Explosion ist größer. Ja, und ihr seht es, echte Spieler, der haut vernünftig auch, okay. Seht ihr da zum Beispiel? Du kannst Gegner einfach so gesehen in 2 gegen 1 Situationen zwingen, obwohl du alleine bist. Ich schwöre meinen Bruder. Ah, dein Bruder haut ab, schade, okay. Bruder, mach ihn kaputt. Danke. Das ist halt wirklich krank. Und der macht dir auch guten Schaden, ne? Family Time. Rein yeeten. Jupp, gewonnen. Wir haben einfach ein 4 gegen 3. Vor allem das Super lädt sich halt übertrieben schnell auf. Family Time mit dem Bruder. Bruder ist drin. Neuer Bruder. Das ist zu heftig. Ich meine, guckt euch den Schaden an. Ich habe fast 100.000 Schaden gemacht diese Runde.